ich habe recht da waren wir gestern schon äh quatsch gestern da waren wir eben schon also die polma ist anscheinend nicht der ort sondern die taktik die man da anwendet oder ich denke mal schon dass das das dorf kolma ist aber kolma war schon eben die unsere letzte mission auf der anderen es ist krieg da ist alles umkämpft ja aber auf der anderen ozean seite da haben sie es jetzt einfach mal gedreht also jetzt dieser wird der warte mal wir haben jetzt gerade eingenommen jetzt nein aber ich meine grafisch meine ich ist das nicht die stadt ja ist ja schnuppe jetzt hauptsache ein bisschen rumgeballer warum ist eigentlich schon wieder erster hä wie erster von der rangliste bist du immer über mir weil ich der bessere bin warum hast du hinter dem namen so komischen pfeil weil ich der anführer bin ach so dass dieses komische zeit für den truppen anführer ach so gott wo bist du denn schon ist beim fahrrad ich habe direkt feinde vor mir drei stück leck mich am arsch ich bin weg wenn ich ins haus kommen würde sagt mir das was hier mit einem g hierher kommen mit einer tommigun bin ich ja weg meine fb irgendwas oder sv wieso spawnst du da immer so extrem weit vom schuss ich würde jetzt sagen das leben als youtuber aber ich verkneife es mir mal er hätte ja noch kein fennig verdient das hätte jetzt natürlich auch sein müssen obwohl scheiße kann ich mittlerweile gar nicht mehr sagen du verdienst ja was doch gesichert naja wir sind hier gerade im haus und haben die straße im blick ich gehe mal auf so ein haus raus vielleicht komme ich aufs dach oder nicht ne da kann ich nur in die straße Richtung schießen nein hinter mir war einer ich habe einen gekillt und der hat sofort mich gekillt was kommt der denn her die kommen hinter uns raus und teilweise ja weil die uns um rennen aber trotzdem das muss ja voll der sniper gewesen sein ey wir sind echt heute schlecht ach es stört mich nicht also die runde muss ich aber ehrlich sagen ist besser als die andere wo wir haus hoch gewonnen haben wir hatten jetzt was nicht geschossene wo war der da hinten in der ecke mann die haben das ganze dorf umgestellt da kommst du nicht rein bleib mal da ich komm zu dir wir machen das jetzt mal ich renne jetzt hier in das ehenhaus rein wieso willst du denn die ganze zeit in den häuser rein ähm weil hier welche drinnen sind hier ist auf jeden fall einer von uns drinne ja 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 naja ich hab hier hinten und vorne raus aus dem haus also das trifft sich gut hier hat einer einen Sniper ernsthaft ach was glaubst du warum mich die ganze zeit gekillt wird ey das war einer von unseren ich hab mir die jetzt gesnackt ich hab mir die jetzt gesnackt aber die hat nen scheiß lauf die verzieht zu sehr nein ich bin tot boah sind die gut die haben das ganze dorf leider richtig gut im ich bin tot 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 ne 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 die ne 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 die haben sicherlich noch viel bessere perks als über die und fast jeder von denen hat eine tommy gun dabei ich bin markiert scheiße sehen wo ich bin ein schuss ich hasse das mit dieser svt 40 daco wenn du unten unten links wo deine munitions lebensanzeige ist und also deine lebensanzeige und eine sprintanzeige wenn du da ein fadenkreuz hast bist du markiert dann sehen die dich also das war wirklich gar nichts kampf bewerten krieg drei sterne lustig wie war meine kd bestimmt beschissene 0 3 wow ist daco seine gewesene 56 ist das besser oder schlechter durch fünf kills sechs tode ich habe null kills und sechs und drei tode also ja ich muss halt echt irgendwie schaffen am leben zu bleiben du musst es so sehen eine kd ist kills und death ja daraus müsste man eigentlich den schnitt immer zieht ja das kann ich nicht schwer kenne ich halt dein maul kenne ich alles kenne ich alles neu nee vorhin war ich besser als du ich hatte eine 9.1er und du eine 9.2er kd habe ich videobeweis 29 ist die offnahme wenn ich jetzt intro outrottet ich muss die offnahme gerade ernsthaft ein bisschen strecken da habe ich schon meine zehn minuten kommen mit darum frage ich ja wieder halt mit intro und outro wenn dann nehme ich gleich eine komplett neue offnahme auf gucken wir mal die entwicklung an als nächstes krieg 5000 credits und kampf art einnehmen und halten k was auch immer das ist und ab rang 500 gold cool und dann krieg ich die fallschirmjäger scharfschütze kriegste ab rang 9 da hast du einiges zu leveln du kriegst hier noch luft unterstützung den general scharfschütze aufklärungskommando luftjäger fallschirmjäger panzerjäger das alles kriegste es gibt sogar sanitäter ja das kriegst du indem du dich selbst heilst mit sanifax oh warte mal spezialisierung ich habe da bisher bei diesen ganzen unteren luftjäger und so weiter habe ich nur einen stern ich auch bei angriff silber und gold wird aber langsam weil guck mal was du da alles freispielen kannst also ich nehme es zurück ich bin zwar level 4 aber da fehlt noch eine menge allein schon bei level 1 aber bronze habe ich komplett habe ich alles marathon man im besitz hat fehlern besitzt level abgeschlossen für kübelwagen typ 82 patrone ss habe ich auch abgeschlossen jetzt geht es auf silber level abgeschlossen stil handgranate das habe ich noch brauche ich bloß noch wo schaust du gerade ich habe das bei entwicklung hatte ja habe ich einfach bei angriff angeklickt also also ja da gibt es ein scope bei gold zf 41 infanterie aber ich muss sagen dass jedes go was ich gerade auf der mafa hatte von dem aus unserer reihe naja also ringsum es verschwimmt alles du hast wirklich nur noch die kleine mini ansicht vom scope ringsherum nimmst du gar nichts mehr wahr aber gut Minute Minute Folge lang genug gestreckt bis zur nächsten 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 Untertitelung des ZDF, 2020